Dieses zu veräußernde renovierungsbedürftige 7-Zimmer-Ein-Familienhaus steht in Frechen. Das im Jahr 1963 erbaute Haus verfügt über eine Etage. Es wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über eine Einliegerwohnung und drei Parkplätze. Es hat fünf Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1001 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 210 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 645.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. 116.000 Euro. Gern be Fahrt! 128.000 Euro am 24.000 Euro.